Ja, alles zusammen, ich bin's Jess. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über das Thema Suchmaschinenoptimierung genauer Keyword-Recherche sprechen. Und zwar ist es auch für dich als Coach oder Trainer eine sehr, sehr interessante Option, die du definitiv nutzen solltest, um beispielsweise Interessen deiner Zielgruppe herauszufinden, um aber natürlich auch die Suchmaschinenoptimierung richtig machen zu können, also auf die richtigen Keywords zu optimieren, also Suchbegriffe. Und aber natürlich auch, damit du eben insgesamt eine sehr, sehr umfangreiche Recherche starten kannst. Denn mit Keywords, die du findest, wo du einfach weißt, okay, danach wird gesucht, kannst du auch sehr gut Ideen entwickeln für Blogartikel, für Produkte, für Videos und zum Beispiel auch für deinen Lead-Magneten, also dein kleines Freebie, dein Goodie, welches du beispielsweise als Dank für den Newsletter-Eintrag abgibst. Und ich möchte dir dafür ein Tool vorstellen, das habe ich schon mal auf meinem Kanal hier auf YouTube vorgestellt, das ist SE Cockpit und dort gab es jetzt ein recht großes Update, beziehungsweise es gab vor allen Dingen ein Design-Update, aber auch die Funktionalität ist um einiges besser geworden und deswegen möchte ich mit dir hier einmal direkt in das Tool springen und dafür gehen wir einmal zusammen auf meinen Computer. So, wir sind hier jetzt mal in SE Cockpit drinnen, also ich bin hier in meiner Swiss-Made-Marketing-Suite sozusagen und wenn ich auf SE Cockpit gehe, dann sehen wir hier schon, dass wir verschiedene Keywords haben, bei denen es dann hier zum Beispiel verschiedene Begrifflichkeiten gibt, die passend zu meinem eingegebenen Keyword angezeigt werden. Und dazu noch ein paar Werte, da gehe ich gleich drauf an. In diesem Video möchte ich dir jetzt nicht jede Funktion vorstellen, sondern dir einmal grundlegend erklären, wie du das nutzen kannst und dazu eben auch ein paar Tipps geben, wie das Ganze funktioniert. Also als allererstes haben wir hier, nachdem du dich bei SE Cockpit angemeldet hast, die Möglichkeit eben eine Keyword-Recherche, beziehungsweise eine Keyword-Suche durchzuführen. Wir können ja ein Keyword von einer Liste suchen, wir können eine semantische Keyword-Suche durchführen. Darauf möchte ich gleich nochmal im Speziellen eingehen. Wir können ja insgesamt die Keyword-Suche umbenennen, einen Ordner hinzufügen, einen Ordner bearbeiten und ein paar Einstellungen vornehmen. Erstmal möchte ich dir kurz zeigen, wie es mit einem normalen Keyword funktioniert, damit du das Grundprinzip verstehst. Ich gebe hier bei dem Punkt Neues Keyword, Neue Keyword-Suche ein Keyword ein, bei der Keyword-Phrase zum Beispiel elektrische Zahnbürste, nur als Beispiel. Und dann habe ich hier beispielsweise die Möglichkeit, noch die Art und Weise, wonach ich suche, beziehungsweise wo ich suchen möchte, einzugrenzen. Das heißt, ich kann beispielsweise nach Google Ads Synonymen suchen. Also wenn man Google AdWords schalten möchte, macht das Sinn. Ich kann aber vor allen Dingen die Google Suggest Synonyme mitnutzen. Das macht besonders Sinn, denn das sind die, ja, ich sage mal, die Dinge, die man hier angezeigt bekommt bei Google. Ich gebe das jetzt mal ein, elektrische Zahnbürste. Da bekomme ich hier schon Vorschläge. Das sind die Suggest-Vorschläge. Und das ist immer sehr hilfreich. Wir haben noch die Möglichkeit, Amazon-Vorschläge Synonyme hier zu benutzen. Das ist interessant, wenn du ein kaufkräftiges Keyword suchst. Das heißt, Essie Cockpit sucht dann im Grunde bei Amazon nach passenden weiteren Keywords zu dieser, ja, Zahnbürste eben und schlägt dir diese vor. Und da die Leute nur zu Amazon gehen, wenn sie eben entsprechend etwas kaufen möchten, ist das ein sehr kaufstarkes Keyword dann. Und dann haben wir das gleiche noch für YouTube und für die Google-Related Searches. So, wir bleiben aber jetzt erstmal hier bei den Google Suggest Synonymen. Da können wir noch ein paar Einstellungen vornehmen, was wichtig ist, Land und Sprache, dementsprechend, wo du gerade bist oder wofür du suchst. Wir sind hier jetzt in Deutschland. Dann sage ich Speichern und Schließen. Und dann sucht Essie Cockpit für mich nach diesen Keywords. In meiner Liste hier links sehe ich dann die elektrische Zahnbürste. Die kann ich anklicken und dann warten wir kurz. Und schon werden mir die entsprechenden Informationen zu diesem Keyword, aber auch eben zu weiteren thematisch passenden Keywords angezeigt. Ich bekomme einmal hier meine elektrische Zahnbürste angezeigt. Ich sehe, dass wir hier fast 50.000 monatliche Suchanfragen in Deutschland haben und kann auch noch die Domain checken und kann mir auch den Wert einer Anzeige durchschauen. Also das heißt, je höher der Kost per Klick ist, desto effektiver kann es sein, auf dieses Keyword zu optimieren, sage ich mal. So grob gesagt. Ich möchte nicht zu tief hineingehen in die Thematik Suchmaschinenoptimierung, weil das würde das Video sprengen. Aber insgesamt auf jeden Fall nochmal ein Wert, der dir auch anzeigt, wie wertvoll ist dieses Keyword letztlich. Genau. So, dann siehst du hier vorne noch so einen kleinen Diamanten. Das heißt, sagen wir mal ganz grob gesagt, dass zwischen den monatlichen Suchanfragen und der Stärke der Konkurrenz das Ganze relativ einfach zu machen ist, beziehungsweise im Verhältnis zwischen monatlichen Suchanfragen und der Konkurrenz kann es sein, dass das ein sehr, sehr gutes Keyword ist. Dann haben wir hier eben noch weitere Vorschläge. Elektrische Zahnbürste Test, elektrische Zahnbürste Oral-B und so weiter und so fort. Und das kannst du dir dann hier eben durchgehen und daraus kannst du eben auch verschiedene Ideen für deine Blogartikel entwickeln, zum Beispiel. Das ist ja sehr, sehr wichtig, dass du einen Blog bei dir schreibst, weil du dadurch deinen Expertenstatus einfach erweitern kannst. Content ist mit das Maß aller Dinge, meiner Meinung nach, in einer Welt, wo es so viele Informationen gibt. Es ist deine Aufgabe, wenn du eben als Experte wahrgenommen werden möchtest, dass du diesen Content so bündelst und authentisch und aus deinen Erfahrungen heraus gut aufbereitest und ihn deiner Zielgruppe zur Verfügung stellst. Genau. Also, wie gesagt, hier kannst du eben dann so ein paar Ideen herausbekommen und wenn du eben dann auch von der Suchmaschinenoptimierung her was machen möchtest, darauf dann optimieren. Dann hast du hier noch ein paar Möglichkeiten, das Ganze zum Beispiel zu satieren, Top Results und hier die monatlichen Suchanfragen, die wenigsten oder die meisten zuerst oder sagen maximal, es sollen mindestens 5000 Suchanfragen dabei sein und dann kannst du Filter auch wieder löschen. Also, da kannst du dich mal durchklicken und du siehst auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Daten. Du kannst auch auf so ein Keyword doppelklicken und bekommst noch weitere Informationen dazu. Das Ganze lädt hier jetzt einmal und dann sehen wir zum Beispiel, was sind so die Top Ten Seiten zum Thema elektrische Zahnbürste. Und hier, ich mache das mal gerade ein bisschen größer, ist der Titel in den Keywords enthalten? Hat die Domain das Keyword enthalten? Ja, wie sind so die einzelnen Mods, Ranks, etc.? Das sind jetzt auch wieder ein paar tiefergehende Dinge, die du jetzt nicht unbedingt direkt auf Anhieb verstehen musst. Wichtig ist nur, je mehr Grün das ist, desto einfacher ist es theoretisch, auf dieses Keyword zu optimieren. Aber das ist wirklich, dann muss man gucken, okay, welche Mittel habe ich letztlich, um auf dieses Keyword zu optimieren? Genau, das dazu. So, jetzt möchte ich einmal mit dir noch die semantische Keyword-Suche durchgehen. Da klickst du hier auf die semantische Keyword-Suche und das ist sehr, sehr interessant jetzt. Die semantische Keyword-Suche ist sehr interessant, weil du hier die Ergebnisse der Keywords bekommst von den ersten Top Ten Ergebnissen. Das heißt, die ersten zehn Seiten, die bei Google zu diesem Keyword, das du eingibst, angegeben werden, werden dir dann sozusagen rausgefiltert. Und dabei kannst du sehen, wie deine Konkurrenz oder deine voraussichtliche Konkurrenz arbeitet, mit welchen Keywords die arbeiten. Dafür kannst du eben hier eine Keyword-Phrase oder ein Keyword oder mehrere Wörter eingeben und die dann eben hier durchlaufen lassen. Was du hiermit aber auch machen kannst, und das ist sehr, sehr cool, du kannst wirklich eine ganz direkte Konkurrenz ausspionieren. Machen wir mal ein Beispiel. Ich gehe jetzt mal, sagen wir mal, ich bin ein Ernährungscoach und möchte etwas über das Thema Gerstengraspulver schreiben, wie das zum Beispiel beim Abnehmen helfen kann. Dann gehe ich jetzt einfach mal zu Google und gebe hier Gerstengraspulver ein. Dann bekomme ich hier entsprechende Ergebnisse und dann haben wir hier diese URL beispielsweise, Gerstengras minus irgendwas. Die gebe ich dann mal hier ein, das nehmen wir mal raus und sage hier speichern und schließen und dann wird mir von dieser einen Domain, werden mir die Keywords angezeigt. Und dann kann ich eben sehen, okay, mit welchen Keywords, mit welchen Keywörtern arbeitet meine Konkurrenz. Und dann sehe ich das hier schon, da sehen wir zum Beispiel die ganze URL, auf Kaliummangel ist die optimiert, Dickdarmentzündung, Gerstengras eben auch. Das sehen wir auch mit 12.100 Suchanfragen im Monat. Ist das schon nicht schlecht? Und noch ein paar weitere. Weizengras, Gerstengraspulver und so weiter und so fort. Und da können wir uns natürlich inspirieren lassen, sage ich jetzt mal. Du kannst dann einfach auch schauen, okay, worüber schreibt die Konkurrenz, ohne jetzt den ganzen Blog durchgehen zu müssen oder die ganzen Texte, die dort geschrieben sind. Auch sehr, sehr hilfreich. Ebenfalls hilfreich ist es, aus diesen ganzen Ergebnissen die Informationen zu sammeln, die Recherchen zu sammeln. Und dann, wonach sucht deine Zielgruppe eigentlich gerade? Wofür interessiert sich deine Zielgruppe? Und auf Basis dessen kannst du zum Beispiel auch einen sehr, sehr gezielten Lead-Magneten erstellen. Also ein kleines Freebie beispielsweise, mit dem du deine User so ein bisschen unlockst, sag ich mal, denen du das Ganze als Geschenk gibst, für die Newsletter-Eintrag. Und je spezifischer das ist, je genauer das auf deine Zielgruppe passt, desto höher ist die Conversion, also die Eintragungsrate letztlich in deinen Newsletter. Von daher, also Essie Cockpit wird natürlich als SEO-Tool vermarktet insgesamt. Das ist ein Tool, mit dem du Keyword-Recherche betreiben kannst. Aber wenn man einmal ein bisschen weiterdenkt, kann man daraus eben extrem viel wertvolles Wissen über die Zielgruppe herausfiltern. Und dementsprechend empfehle ich dir, hier einfach mal drüber zu schauen und einfach mal reinzugucken, mal auszuprobieren, wie das Ganze, ja, für dich vielleicht funktionieren kann. Damit sparst du dir sehr, sehr viel Zeit. Wie manche vielleicht wissen, ich betreibe nebenbei auch noch mit ein paar Kollegen verschiedene Nischenseiten, also sehr, sehr themenrelevante Seiten, die wir dann in Google entsprechend positionieren, zu bestimmten Keywords, also zu bestimmten Suchbegriffen. Und dementsprechend nutzen wir dieses Tool täglich, weil wir natürlich täglich Content auch erstellen und veröffentlichen wollen. Und der sollte Keyword-technisch einfach auch so sein, dass wir damit Menschen erreichen. Da sollte ein gewisses Suchvolumen vorhanden sein. Das heißt, ich gehe nicht her und gucke jetzt, okay, worüber habe ich gerade Lust zu schreiben, sondern ich schaue, okay, wonach suchen die Leute. Natürlich muss ich mich auch mit dem Thema irgendwie zurechtfinden. Aber wenn wir das jetzt mal auf dich als Coach beziehen, dann ist es A, natürlich irgendwann ein bisschen schwierig, überhaupt Themen noch zu finden, über die man schreiben möchte oder über die man ein Video machen kann. Und dann kann das einerseits helfen, andererseits macht es aber Sinn, auch vorher, bevor man überhaupt beginnt, mit der ganzen Thematik, also Blog etc., also Content-Erstellung, sich mal Gedanken zu machen und eben zu recherchieren, auf welche Keywords muss ich ja überhaupt achten oder welche Keywords sind in meiner Zielgruppe überhaupt sinnvoll. Wonach suchen die Leute? Und dann hast du eben direkt mehrere Fliegen mit einer Klappe gefangen. Du weißt, worum es geht. Du kennst teilweise die Probleme deiner Zielgruppe, die du daraus sogar auch herausfiltern kannst. Und du kannst eben das Ganze auch noch für die Suchmaschine optimieren direkt. Das bedeutet nicht, dass du jetzt Artikel schreibst, in denen das Keyword elektrische Zahnbürste 200 Mal vorkommt. Das macht keinen Sinn. Es sollte schon authentisch bleiben und sinnvoll sein. Aber nichtsdestotrotz kannst du eben sekundär betrachtet diese Wörter mit einbauen, sinnvoll natürlich, und dann später auch optimieren. Mit Backlinks etc., aber das ist ein anderes Thema. Und von daher ist so eine Keyword-Recherche und dann auch noch hier mit diesem Tool SE Cockpit, was es wirklich einfach macht, sehr, sehr sinnvoll. Gerade am Anfang, aber auch wenn du schon weiter bist. Gerade wenn du keine Ideen mehr hast. Geh hier rein und lass dir diese entsprechenden Keywords anzeigen. Und dann, wie gesagt, auch was die Probleme angeht. Hier sehen wir zum Beispiel elektrische Zahnbürste, Handgepäck. Daraus kann ich schließen. Da fragt sich jemand, ist es erlaubt, wenn ich im Flugzeug sitze, kann ich dann eine elektrische Zahnbürste mit ins Handgepäck nehmen. Zum Beispiel. Oder gibt es elektrische Zahnbürsten, die in mein Handgepäck passen, die so Reisezahnbürsten beispielsweise. Oder was haben wir hier noch? Schauen wir doch mal. Elektrische Zahnbürsten, Baby. Ja, kann man natürlich gucken, ob es sowas fürs Baby gibt. Und ich meine, gut, elektrische Zahnbürste ist jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel für die Thematik eines Coaches. Nichtsdestotrotz sehen wir auch schon hier, dass wir daraus Probleme filtern können, die wir lösen können. Und die Leute sind dankbar dafür, dass wir sie dann lösen. Und je nachdem, bezahlen uns natürlich auch dafür. Also, fassen wir noch mal kurz zusammen. Es ist für dich als Coach durchaus interessant und auch wichtig, dass du eine Keyword-Recherche durchführst, mit der du eben einerseits eben, wie erwähnt, die Probleme herausfiltern kannst, aber eben auch Ideen für deine Themen, für deine Blogartikel etc. finden kannst und das Ganze eben auch direkt für die Suchmaschine optimieren kannst. Das ist eigentlich der optimale Weg. Und mit Essie Cockpit, wie gesagt, wir nutzen dieses Tool täglich und sind davon begeistert. Und ich finde es auch so, es wird wirklich weiterentwickelt und es funktioniert gut. Und deswegen guck es dir mal an. Wie der Zufall so will, gibt es da im Moment ein Angebot und zwar noch bis Ende des Monats, also bis Ende März 2019, gibt es noch ein sehr, sehr cooles Angebot. Das zeige ich dir mal ganz kurz hier auf meinem Bildschirm. Und zwar in dem Fall jetzt heute, wo das Video auch online geht, noch sechs Tage. bekommst du 45% Rabatt und einige extra Features. Und ganz ehrlich, das solltest du, wenn du dich dafür interessierst, nimm das auf jeden Fall in Anspruch, denn es ist wirklich ein gutes Angebot. Du bekommst ein halbes Jahr lang das ganze Essie Cockpit für 199 Euro anstatt für 360 Euro und bekommst dazu auch noch, ja, also hier auf der Seite, die verlinke ich dir auch nochmal, die kannst du dir dann anschauen, Keyword Recherche, bla bla bla. Du bekommst aber dazu noch, und das ist richtig cool, den Rank Tracker. Ja, da kannst du, das zeige ich dir hier auch mal ganz kurz, ja, ich mache mal eben Essie Cockpit zu und gehe mal in den Rank Tracker und da nehmen wir dann einfach mal hier eine Seite, das ist eine relativ alte Seite, die nicht mehr bearbeitet wird, aber in dem Rank Tracker kannst du eine Domain angeben und dazu ein paar Keywords angeben, für die du ranken möchtest und kannst dann immer diese Positionen hier verfolgen regelmäßig und auch, was hoch geht, was runter geht und kannst dann dementsprechend gucken, okay, für welches Keyword muss ich mal noch was tun, ja. Also hier sehen wir es zum Beispiel, das haben wir hier, Bosch Staubsauger Beutellos, ja, ist auf Platz 9 in den Suchergebnissen, sehe ich dann hier, wird auch regelmäßig aktualisiert, ist super. Ich sehe aber auch, dass es, zur Differenz von der Vorwoche, dass ich damit einen Platz runtergerutscht bin. Wie gesagt, das ist eine alte Domain, da wird nicht mehr viel drauf gemacht, deswegen brauchst du da nicht so intensiv drauf gucken, aber nur um dir das einmal zu veranschaulichen, ne. Dann haben wir oben noch einen Graph, der sieht jetzt ein bisschen durcheinander aus, weil der etwas sehr eng angezeigt ist. Ich mache das mal eben hier drauf, da sehen wir es schon wieder, ja, dass wir hier die ganzen Keywords auch nochmal in einem Graph haben und da sehen wir schon, okay, da ist teilweise was hochgegangen, was runtergegangen und so weiter und so fort, aber auch sehr, sehr praktisch, ja. Deswegen gibt es gratis dazu, würde ich definitiv nutzen. Hier nochmal ganz kurz, ja, wir haben hier die Keyword-Recherche mit bei, wir können jetzt auch auf verschiedene Sprachen und Länder natürlich anpassen, habe ich dir ja vorhin gezeigt, das Design hier von SC Cockpit, wie gesagt, das ist neu, das ist richtig cool, das können wir auch auf dem Handy und auf dem Tablet anschauen, das funktioniert da auch anständig, das ist ja leider nicht bei allen der Fall und dann hast du hier 50 Keyword-Suchanfragen pro Tag, also das heißt, du kannst wirklich 50 Keywords pro Tag recherchieren und das ist schon sehr, sehr viel. Von daher guck dir das auf jeden Fall mal genauer an, ich, klar, Konkurrenzanalyse ist dabei, Support ist dabei, ein Training gibt es dabei und eben der Rank Tracker. 199 Euro für ein halbes Jahr und wenn du das jetzt hier für dich einmal nutzen möchtest, dann klickst du hier einfach auf den grünen Button, kommst du dann zum Checkout und dann sehen wir hier schon, SC Cockpit kostet eigentlich 360 Euro, dazu gibt es den Rank Tracker, der kostet eigentlich 99 Euro für eben ein halbes Jahr, ja, hier sehen wir, halbjährliches Abo und du bekommst den fetten Rabatt von 161 Euro und musst nur noch 199 Euro bezahlen. Das ist wirklich, wirklich gut. Ich kann dir sagen, es ist sonst wirklich teurer und viele bezahlen mehr und deswegen, wenn du das Thema Keyword Recherche für dich mit in dein Business nehmen möchtest und das wirst du, sag ich jetzt mal mittelfristig sowieso, je nachdem, wo du jetzt gerade als Coach oder Trainer stehst, ist es natürlich eine sehr, sehr gute Chance für dich, das jetzt so zu nutzen. Von daher schau es dir an. Zum Ende habe ich noch einen kleinen Tipp für dich und zwar gehen wir dafür noch mal ganz kurz hier ins Essig-Cockpit rein. Ich nehme mal einfach, ja, hier Acerola beispielsweise habe ich mal nachgesucht. Die kannst du natürlich auch wieder rauslöschen, die Keywords hier über Liste löschen. Kann man das wieder rauslöschen. Aber wenn du jetzt die Keyword Recherche machst, ja, dann suchst du wahrscheinlich erst mal nach einem Wort oder nach zwei Wörtern, also einer Phrase. Dann bekommst du natürlich eine Liste von relevanten Keywords, die dazu passen, angezeigt. Du kannst aber dann eben auch noch sozusagen tiefer recherchieren. Das heißt, oder wir gehen immer so vor, dass wir mit einem sozusagen Oberbegriff starten, wie jetzt hier Acerola und dann uns so ein bisschen tiefer arbeiten. Wir schauen uns dann so mit die besten passenden Suchbegriffe an und recherchieren diese wiederum. Also wir geben dann zum Beispiel nochmal Acerola-Pulver als eigene Keyword-Suche an oder auch als semantische Suche, auch je nachdem. Und dann kommst du immer tiefer und bekommst aber auch immer wieder neuere Vorschläge. Oder man wechselt mal die Wörter oder setzt mal eine Frage dazu. Also formuliert das alles als Frage. Das ist ja etwas, was halt in Zukunft sehr stark kommen wird. Das heißt, wenn du optimierst oder auch wenn du Titel schreibst, etc., dann kann es durchaus auch sinnvoll sein, direkte Fragen dort reinzunehmen. Denn wir wissen das ja, die Suche wird immer mehr sprachgesteuert und weniger getippt durch die ganzen Assistenten wie hier Siri, Alexa und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann es sehr, sehr sinnvoll sein, direkt auch dahin zu optimieren, das mit reinzunehmen. Und deswegen gehe nicht immer nur so auf das eine Wort, was dann mega viel Suchvolumen hat, sondern schau dir die Phrasen an. Also Longtail-Keywords nennen wir das. Ja, wo es jetzt zum Beispiel hier sowas geht wie Acerola-Pulver-DM. Es sind zwar nur 260 Suchbegriffe, dementsprechend ist es aber auch einfach dafür zu ranken. Und es kann halt gerade vom Ziel her, was der Kunde hat, eben viel, viel spezifischer sein. Das aber nur am Ende nochmal als Tipp. Wie gesagt, Essie Cockpit, guck sie auf jeden Fall mal an. Link dazu packe ich dir unten in die Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und auch auf deinen Kommentar. Hast du schon mal eine Keyword-Recherche gemacht? Und wenn ja, wie effektiv war das? Wie bist du da vorgegangen? Würde ich mich sehr darüber freuen, von dir zu lesen. Natürlich auch, wenn du Fragen dazu hast, zu Essie Cockpit oder ähnliches, gerne schreib mir. Da werde ich dir versuchen, möglichst schnell zu antworten. Ansonsten denk dran, Ende des Monats endet das Angebot mit 199 Euro für ein halbes Jahr für Essie Cockpit. Das sind also jetzt noch sechs Tage. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine super erfolgreiche Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Jess. Heute möchte ich... Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video ein paar Tipps mit in die Hand geben konnte. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem... Welches Tool du vielleicht... Es will nicht. Wo fangen wir jetzt an? Am Ende oder nochmal vorne? Leute von heute. Ja. Genau. Läuft.